So hallo zusammen, wie ihr schon sehen könnt, möchte ich euch heute unsere neue Dega Meereszange vorstellen. Sprich eine Zange, welche ideal ist zum Fischen auf dem Meer, beziehungsweise um die Haken bei Dorsche, Heilboot und so weiter besser lösen zu können. Die Zange hat eine Länge von 35 cm, verfügt über zwei stabile Griffe, sitzt gut in der Hand, sowie eine Schlaufe, dass die Zange auch nicht ins Boot fallen kann, falls ihr den Fisch außerhalb der Bordwand abhakt. Thorsten Ahrens, unser Meeresexperte im Dega-Team, hat die jetzt schon mehrmals getestet. Am Ende seht ihr auch noch ein paar Bilder vom Thorsten, wo er die Zange bereits im Einsatz hat. Einfach ideal, wie ihr hier vorne sehen könnt, eine große Öffnung für die Haken. Gerade bei Meeresangeln, wenn wir mit größeren Haken fischt, ideal hier den Haken einführen mit dem Fischmaul, die Zange zuziehen. Und ihr habt hier einfach 35 cm Länge für das Fischmaul und ihr könnt den Haken perfekt entfernen. In diesem Sinne, testet es mal aus, gerade bei Meeresangeln, ideal geeignet für große Haken, für große Fische, weit ins Maul rein. Viel Spaß beim Meeresangeln, viel Spaß auf dem Boot, fangen dicke Fische und Petri an.